das wird das wird nicht rausgenommen sagt was denn die pickung an mucke die ihr da gepostet habt so keine ahnung stehen wir nicht auf als bahn ne bahn wladimir sag mal johnny kannst du den knackigen velcro spielen gibt dem jüngsten komfort pico gut ist warte mal also mein champion pool ist wirklich die ganze weile aber ob er ist in einem stil und weg uns ist halt nicht nicht hat stimmt aber das ist natürlich der typ der typ des kodik gar nicht was das meter soll er denkt was kann johnny aktuell nicht spielen was er schon mal in der sache schon voll viele weg aus mann rakan jedes mal gebannt warum bin ich so gut auf diesem champion zu 80 prozent spielst und was mit niederli so nie gebannt oder jetzt sollten wir noch über mann das wollte andere spieler meinte uge bahn oder spielt nicht ich kann auch spielen ja gut dann war schon mal kalista ich habe nur kein bock gegen uber zu haben aber dann habe ich noch mal warum rede ich hier zehn jahre denn das ist der tisch gehen können ja im first pick ja aber dann picken wir trash weg so klister leide ist jetzt nicht so im skil reden zehn jahre über die bahn keiner sagt nur früher sagen müssen wir gerade sagen ja warte mal du musst ein videos update lasst jetzt noch mal schon über den last band reden was können uns denn noch ficken wenn wir den first picken gegen orne by the way cassio ist fucking hardcounter zu orne und kann seine zweite instanz nicht aktivieren wenn er mir erst mal steht ich würde trotzdem rausnehmen oder ich finde es mich geworden wenn du sagst dass der nicht spielt ja okay dann bei irgendwas kann aber warte mal wir können nicht und auch lassen wir werden so gefickt von orne weder spielen spielen und dann spielen die oh gott einfach für orne plus sejuani gehen nein sejuani ist trash wenn dann orne galio aber fucking die donuts und sowas spielen immer noch sejuani da oben ich glaube sejuani ist echt noch gut ne ist nicht schlecht aber die ist halt nicht mehr ganz so stark aber das ist jetzt auch underkey ist ja jetzt nicht unbedingt ein seju gott gewesen jo ich glaube ich habe ein sejuani spiele oder 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 und ja ja dann können wir schon mal gehen ja die wird auf 100 pro fücher gehen ja dann können wir können das nicht amuse mit einem early aggressive jungler dann also wenn wir jetzt galio picken bauen wir auf jeden fall eine winning bot dann sonst ist der picker ja ich bin katlin plus x wir können alles spielen mit katlin dann würde ich aber katlin schon picken ja wir können ja auch katlin picken ja wir können ja auch katlin picken die haben doch schon xia ok dann gib gar nicht ja aber galio ist halt galio ist aber nicht so dass es also keine ahnung ja dann würde ich halt weil sonst waren die ad carries raus und dann haben wir eine losing botlane das heißt wir haben ja ja aber wären wir noch ein picken auf jeden fall katlin picken dann und wenn wir katlin haben können wir die wieder nicht verlieren auf jeden fall ja wir können auch gleich wenn ihr wollt einfach genau und wann wenn die nicht auf jeden fall ja ich denke mal der wird jetzt was ist mit einer fiora fickt die dich orn nö geht wer ist denn der supporter von dem wer ist denn der supporter von dem wer ist denn der supporter von dem wer ist denn der offroll ne also smurf wahrscheinlich wer ist irgendwie er spielt alles meinten die ja also alles scheiße okay ok die picken echt keinen top warte mal warte mal da wird glaube ich nicht aber überraschung der twitter kommt ja nur hundertmal in den letzten acht tagen gespielt also go kaitlin ja und dann können wir top 1 oder kaitlin würde ich da wann ja wann einfach irgendwelche sachen die top das hat die frage aber die gegen obertspieler nicht und mir ist das relativ wurscht gegen unsere team kommt hau einfach raus was dich fickt so der spielt viel kamie der typ viel gameplay hat der fiora weiß ich nicht viel habe ich nicht gesehen also support last pick wir haben last pick ne ja dann haben wir auf jeden fall winning bot lane support am last pick wenn der hier kamie picken würden das wäre ja selbstwort für die irgendwie habe ich irgendwie keine ahnung wenn der nur gute catch kommt aber also der ist im gameplay klett galio uhrgoth ist jetzt sein viertmeist gespielter champion der hat schon hundertfünf games auf uhrgoth dann lassen wir ihn einfach weg ich meine wir können weg wo hat der denn wie hat der denn viele schon ne also holy shit ich könnte ah scheiße wat denn ne alistar wäre auch sexy alter aber guck mal was die ich würde es einfach abhängig machen weil ich meine wir haben last pick so ne morgana kannst du halt auch spielen morgana ist auch sweet ja wir sollten im jungle auf jeden Fall noch ein bisschen damage holen irgendwie ich könnte auch ne lulu spielen mit elise können wir halt richtig viel bot lane pressure aufbauen ja lass jetzt erstmal ja oder was hältst du von elise ich überleg gerade gib mir ne sekunde also wenn ich jetzt nichts anderes sage pick auf jeden fall elise hofer schon mal ja bei elise wir haben lee wir haben kain hey gib mir lieber lee eko ist auch nicht offen lee oder eko was sagst du sag 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 save ja save mit lee haben wir mit noch ein bisschen ad damage sinjau ist auch mega broken also orn hat doch auch einen guten ad split und galia macht ja kein damage orn hat einen ad split hast du nicht noch was orn und galia sind doch beide das magic damage ok ok ich dachte orn wäre irgendwie 70-30 oder ja noch geiler ne ist voll full ap ich dachte der prozentuale damage von ihm ist ap und der rest ist ad aber das ist wohl nicht so ne glaub ich nicht weißt du da hab ich einmal in der so ne queue gefragt was der für damage macht da glaubst du das ja einfach ne da hinterfragt man ja nie wieder oder was oje das ist immer dieser scheiß trundle pick alter der geht mir so auf den sack ey ich hab sogar to be honest gerade eben echt kurz überlegt ob ich trundle junglen soll einfach nur um den weg zu picken oh wenn der jace geht wär ja richtig rip für die oh ne der geht für seinen ne der geht wahrscheinlich wo wird der trundle gehen glaub auch warte er traut sich wie ein ganker also leute wir haben jetzt offen ne lulu ne jenna fucking morgana ist weg ey ne ich hör für lulu Alistar will ich nicht spielen gegen morgana ich hör für jenna na wir können die auch noch spielen wir können die safe reinpushen wir können die reinpressern lulu wär auch nicht bad musst du sagen was dir besser gefällt ich bin nicht mehr für jenna aber zyra zyra wär auch nicht so schlecht zyra ist halt super gegen abfällig fängt jenna besser gegen kragas ich find jenna gut müssen wir halt nur gucken wenn wir halt early behindern spielen wir heal barrier oder wat würd ich sagen oder wenn wir halt nur reinpushen die ganze zeit und pressuren ein weiteres spiel voller spaß und spannung auf der midlane da musst du halt besser spielen dann musst du gradieren musst du pushen musst du rollen musst du flashen musst du tippen ey letztes game ne bam 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 wurd ich warm auf allen seiten muss bam 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 gemacht werden ich werd nur kaum einen kicken können so in dem game das ist das problem jo aber mein early game ist dafür besser da musst du halt raushauen ja wenn halt die botlane komplett hart reinpushen die ganze zeit so ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr als sein top wir werden mal schauen lass mal aufpassen ich kann mir gut vorstellen ob das so ein kragas mail da sehe ich schon so ein stinky level 2 gang kommen lass mal aufpassen drauf und ansonsten spielen wir halt einfach um die botlane rum ne ja sounds good to me ja muss wahrscheinlich nur ein bisschen top lane backupen ab und zu mal gucken also halt warten ja also tu wie zu sollten wir auch wenn wir nicht mehrfach dumm gebeindet werden easy gewinnen und reinpushen es geht halt nur ein bisschen pressure und dann mal gucken du bist ja jetzt master du bist ja jetzt master du bist jetzt master wenn du das jetzt nicht schaffst dann das war ein game gegen masterwork der spielt eine gute morgana kevin aha der masterwork kennst du ihn nicht? doch doch kenn ich ich spiel echt im game naja wie fühlt sich das an nicht mehr lange noch zwei tage hast du zwei borders über mir wie fühlt sich das an ziemlich traurig na gut in den customs nach ja in customs halt ey und in normal games weil ich so viele davon spiele ja 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 normal games die Leute die spielen ignite botlane wir outscalen die halt komplett heftig also das ist ein not even close wie hart wir die outscalen später ist halt wenn ich full item build bin kann ich nicht mehr sterben und mache so viel damage die xai hat halt so wenig range ok leute let's go ok also ok also prinzipiell verlieren wir halt später immer noch den split push na das ist halt das hauptproblem das stimmt ja ja schon wir haben halt einen endgauge mit ohren so es sollte eigentlich passen geht einfach auf position wir machen keine gauge aber die haben auch gerne die können genau sollten erstmal alle turrets holen und dann von da auch aufbauen und sowas kannst du mir das pull mit out hit q out hit ja kann ich machen aber also er hat dann frühere level 2 ne aber solange du nicht vor hast zu invaden ist es völlig egal doch ich bin bait dann aber das ist egal also noch nicht 100% sicher aber ich werde auf jeden Fall pressern ja wahrscheinlich ok also wenn er wenn er hier startet kann ich eigentlich level 3 level 3 level 2 free blue buff invaden ja also ich kann ja also ich kann ja eigentlich egal wenn ich das richtig mache ok ich werde nicht over aggressive gehen aber ja ja ok ok nur damit du bescheid weißt wenn ich den q nicht habe und er schon dann ja push halt ja dann wenn ich halt sehe dass der topside geschadet hat wenn trunnel pullt so dann muss ich nicht invaden aber dann bin ich ja trotzdem schneller ja wollen wir fake leaschen schon oder hm schon ne ne mein die just übelst ob wir es es gibt keine ok also ich mach auto attack q so stimmt dass er vielleicht nicht nur dass du fake leaschst ah ich glaube die ich kann kein auto attack fake ja ok vielleicht weiß er nicht dass man das sieht aber ok die haben mich hier eh gesehen jetzt müssen wir dings aufpassen ne ja wegen q und so scheiße also pull den mal ein stück raus bevor du die q drauf hast ich brauch ein auto mit dabei ja ich muss noch vorher skärten dann hab ich wieder ja der bleibt da ich glaub schon dass ich würde es nicht verscheiden können hätten sie äh xycel rein ist alter schichter als meins ich hab kein schild ne ja ich denke es ist top pull blubuff pull ok ja relativ safe also gragas topside start äh wir können level 3 auf dem river dann aneinander geraten gragas und ich ja wobei der pull gericht das heißt er wird ein stück schneller sein als ich unten bin ich ja das wäre jetzt bei meiser harris mich statt zu pushen also kann ich wahrscheinlich kurz zu kontesten wenn ich rauskönst jetzt pushen ich habe den ersten kurs ich geboren ja die import auch aus dem schild jetzt der ist auch immer noch am red dran der ist jetzt kann er könnte jeden kommen oder er ist hier ich bleibe hier noch über der war immer hier das ding er ist irgendwo drin im jungle relativ sicher oder hier rüber das wäre natürlich troll dann hat der ex die dings gemacht aber ich glaube ich sind als team noch nicht so gut für sowas ruptiert der war hier nur die übung für den ernst fahrer und faktisch steht euch nicht so ist der kommt dann der wird basen und hochgehen ist er safe base ne safe base ist er nicht der kann auch von hier jetzt kommen theoretisch mitte ein bisschen low wahrscheinlich sollte ich mich verpissen kann ihn doch nicht ganz einschätzen normalerweise gehen die gragas immer aggressiv in river aber der spielt übel passiv wenn der wagen bis er 1 gegen netz sich komplett aufs maul kriegt abstehen der halkers gar ist nämlich eigentlich stärker als ich tp mid lane ja ich habe wenig war da wenn ich kurz shoppen kann dann ja erwartet das wort da drin der wort war ich habe gewinnt weil er hat nicht gesagt ich freunden wollen eine trage ist der tee geworden der der weiß der weiß der weiß der muss der muss der muss kommen wenn ich damit 5 da und ich habe jetzt kein mann ich komme ich bin auf jeden fall stärker als mal so ich nehme er kann der direkt ist sein so zu fließen ist immer noch nie der hat hier gepingt können wir den contesten einfach mal so als er ist weg ich move hoch ins end bin da weiß dass du da bist ich fahren weiter ich kann weiter wie vorleben wird jetzt auch wie wollen lages war auch schon bei ist er wird immer noch der wird jetzt sein wölfeneckes gehen raptoren kreis top ok meint der ist hier kreip tonen worden hast gesehen kreip wenn er der kann von hinten jetzt kommt gottes messer bei diesem profil der base. Puppthron sind gone. Das ich bitte gerade reinpushen muss. Ja, das ist ja T geworden. Ich bin bitte rein gepusht. Da macht echt nicht viel Spaß gerade, aber das Final Scan einfach. Morgan als Rückleiter sieht bei nichts echt gut. Wir sind Pink, wir sind jetzt unseren Pink. Ich klede den eben Solar. Wir haben noch einen zweiten, so. What? Raptors sind ab. Gragas ist da. Schöner Ward by the way. Wir haben hier Vision. Also Gragas Ward ist topside komplett aus. Ich kann da wenig ganken gerade. Können wir ja nicht Budweiser starten? Ja, soon. Gragas hier. Geh hier worden, damit du nicht den Jungle nimmt. Wenn du Rhythmus. Kragas hier. Gragas im Rhythmus. Gragas kann kommen. Ja. Ich bin top super fein. Wir haben hier auf jeden Fall gerade einen ziemlichen alten Advantage mit dem BF-Sort. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Sieht so aus, als würde Gragas Mitte kommen. Also Meiser spielt so. Schill vier Sekunden. Der Blue ist von denen jetzt ab, ne? Kann sein, dass der einfach baitet um. Drei Sekunden Schild? Kannst einfach hingehen und ich baite den Gragas die Weitung? Ja, ja. Also passt immer noch unten auf. Gragas wird irgendwann noch kurzzeit kommen. Ja, wir werden immer mega safe. Ja. Also Meiser hat jetzt durchgepusht. Du hast Ult, ne? Ja, ich hab Ult. Kann top kommen. Ja. Du auch ein bisschen. Hat der Flash? Ja, er hat noch Flash. Oh mein Gott. Du bist in 6. Na, er ist gut drauf. Wenn Sire ist 6. Nice, man. Dorgas könnte kommen, ne? Oder ist er noch Botzeit, der ist noch Botzeit, oder? Na, der hat da eigentlich nichts mehr zu plären, als seiner macht jetzt was auch. Backline-In? Ja, er geht zu meinem Blue, der ist da, der ist da. Die wissen jetzt, dass ich den Blue gemacht habe. Wir pushen top durch. Er wird halt diplin. Er geht zu deinem Blue, ja. Er geht zu deinem Blue, ja. Er geht zu deinem Blue, ja. RTP, RTP, ich give Ace. Könnt man's vielleicht da, wenn's ganz schlecht. Ich hab tp up, glaubste? Wir haben Barrier hier. Ich hab vielleicht auch gleich, ach scheiße, ich hab kein Level 6 nach der Wave, glaub ich. Gragas ist immer noch hier. Ich hab TP ab. Drundle, TP, top. Meiser, es gibt Schunk. Habt ihr ein Board für'n Try? Nee, fünf Sekunden, weil ich nehm Topside-Jungle jetzt einfach weg, weil der wird meinten und Omi. Wir sind fein, wir sind fein, wir sind fein. Ihr könnt tierisch auch, Gragas ist einfach bei uns im Jungle versuchen. Ich brenne keine Pressure. Ein Minion bis Level 6, dann bist du super safe mit dem Dive. So, hab ich Level 6 jetzt. Weißt du, er hat auch geflasht. Kann ich jemanden sein? Genau, ich hab auf jeden Fall gewissen. Nee, nee, die... Hat er oben geflasht, ne? Er hat geflasht, er hat geflasht, er hat geflasht. Ah, die wollen hier irgendwas Sneakiges starten, ne? Ja, passt alles. Ja, ja. Da gibt's oben ein bisschen Tower-Damage, aber das ist alles gut hier noch. Kannst du gucken? Ja. Gagas back jetzt. Ja. Ich bin einmal aggressiv gegangen, direkt rührt der Papa. Was war das denn? Okay. Ob das Half-HP? Ich hab eins gemacht mit K, aber ich könnte doch einfach so stehen. Er hat gewordet. Oh, ne. Wir sind super fein gerade. Also das Ding ist halt, solange wir nicht gebeinet werden, wird es zu 100% fein. Wenn wir gebeinet werden, wird es interessant. Du kannst einfach in den Traybrush gehen, mit Ultimate engage machen. Ja. Gagas ist jetzt hier und glaube ich selber weg. Ich geh bitte kurz Base, sonst hab ich hier irgendwie keinen Spaß auf dem Tower. Bin top. Könnt ihr das auch schrecken, ne? War auch beim Becken vorbei? Malz, ja. Tipeet. Tipeet. Tipeet top. Na mal. Nice. Sehr schlimm Jungs. Nice. Aber lebe ich aber nicht. Und allerdings. Oh shit, so zu holen. Ich dachte, dass du daran stirbst. Wäre ich wär so oder so glaub ich gestorben. Der hat so lange getaggt, ich hatte kaum Leben. Ich dachte, der hätt den schon raus gehabt. Haben die was benutzt? Tipeet oder? Malz, Flash. Malz, cp auf jeden Fall Flash. Aber das ist fein. Oh worth. Good job. Ja, ja, der wird cool Traffi verlieren oben und ich halte den hier. Ja, ich hätt den auch Flash interrupten können, aber ich dachte, es ist besser, wenn ich hinterher komme. Aber die haben jetzt halt keine Tipees. Das heißt, jetzt können wir mit Galio ult unten forsen. Das war eigentlich ganz gut, dass du die nicht benutzt hast. Ja, ja. Das stimmt. Das war ja auch mein Plan. Intended. Ich weiß auch, ob wir unten was forsen können. Es ist halt schwierig mit einer Janna, ne? Ja, es ist halt eine Janna gegen Morgana. Also wir haben schon wenig zum forsen und die haben auch noch eine Morgana. Aber wir sind halt, also ich hab halt am Anfang 15 CS verloren, weil wir halt einen schlechten Trade genommen habe. Aber ansonsten sind wir halt völlig fein. Alter, die dritsch halt jedes Mal nach unten, die dritsch. Meinst du holten? Einbinding. Wir haben keine Vision gerade. Ich muss mitleinen. Wir haben keine Morgana, sonst alles für die. Ich hätte mich einfach hochfahren. Es macht keinen Sinn gerade, was zu forsen. Ich bin im Vergleich zu Xyx. Ja, die haben mich auch gespottet. Meister ist miss, ne? Pass auf, im River. Der muss eigentlich noch keine Wavefeeder haben, aber das weiß ich nicht. Trunnel ist miss, trunnel ist miss. Kann halt sein, dass die vielleicht dive wollen. Wir haben jetzt keine Barrier-Flash-Bolt. Aber noch heal. Okay, Meister ist wieder mit. Ich komme jetzt mal Richtung Bot-Line. Ich komme Richtung Bot-Line. Ich komme Richtung Bot-Line. Ich komme Richtung Bot-Line. Wir können zu viert. Der Meister hat kein TP. Wir haben über 2. Ich weiß es nicht. Die haben halt ein reward hier, ne? Überall. Ja, okay. Dann lass ich was gehen. Ich könnte mich schließen hier. Wirklich forsten können wir dann nicht. Ja, freeze das mal. Versucht man das unter dem Turret irgendwie zu fressen. Wir können uns jederzeit lang. Wir sind fine, wir können einfach farmen. Okay, okay. Kriegen halt auch nicht wirklich Tor. Der Meister ist noch bei 80%. Kragas kann top sein gerade. Ja. Pass auf. Ich werde zurück in Farmen. Ja, Full Vision River. Also das einzige, wo er kommen kann, ist Lane gerade. Kragas? Kragas den River. Kragas den River. Ich habe in einer Minute wieder ult. Gehst du danach Bot-Side oder holst du Top-Side? Ich hole Top-Side. Wenn du deinen Raptoren willst und ich machst, gib mir Bescheid. Du kannst die Raptoren ab jetzt theoretisch nicht. Ja, passt doch. Das eh Schild hat nichts gemacht. Ja, das wird das Gastding, Mann. Ja, das wird das Gastding, Mann. Ja, das ist ein Schild. Ja, das ist ein Schild. Kragas ist immer noch Bot-Zeit. Ich kann gleich den Blue wieder entwäden. Der Full Control hier. Der hat keinen Spaß gegen mich. Können wir die Schild in Taiwan oben, wenn wir wissen, dass Kragas nicht da ist? Hast du Damage? Ja, schon. Damage hast du dann ja. Aber ich kann natürlich nur, dass ich jetzt da bin, ne? Drei Sekunden Schild. Sag, wenn du karateben willst, dann kostet die du und wie benutzen sweelten. throwagas ist dort, immer noch. Den. Den. ich glaube die wollen uns jetzt durch kommen wir durch wenn wir noch nicht doch 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 eigentlich wird und ja mir ein pink drin mal so kommen einfach nicht ich darf nicht erstmals gesehen ja über den jahr fangt mit ja 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 nicht sicher könnt ihr noch stehen wir sind auf weg 200 gerade oben die becken auf ok push ich komme jetzt ich habe die hier ist nicht ich kann auch ich kann auch hier kommt ich lasse die wälder stehen ich habe echt mega gut ich habe die förber mitgenommen ich dachte nicht dass sie uns so pressuren können alles gut ich kann es eigentlich mit dings kurz holen ich mache grump und dann back ich und dann müssen wir eigentlich noch mal unten was forsten wenn es möglich ist ja jetzt aber also es ist halt ich war gerade wieder raus ja ja wir können jetzt die sie was draußen wollen enden ich muss nur reset ich habe immer noch die waren hier passt auch ich bin gerade noch nicht da noch hat jetzt auch wieder flasch ich hab vier sekunden ulti ich wollte mal unsere jungle entrance oder malseite durchgepusht und pushen jetzt richtig hart rein grad ja gar jetzt auch und die wollen den tower forsten wir haben hier in wort ne hier wieder ziel ich tippe ich tippe aber safe ja ich würde nicht fighten so das macht ja keinen sinn you sure man ja auf jeden fall das meiz ist safe stärker als ich push mitte hat ja klar ist nicht so stark passt egal stärker als du ich komme hier muss halt so irgendwas zu riskieren die sind alle da sagen wir nichts vor Einfach trocken durchlaufen. Ich hab zwei Items einfach. Zaya ist jetzt nicht super ahead und Kevin ist halt super dick. Ich hab halt Fervor dabei und Jenna. Das sind halt zwei Faktoren. Ja, wir scannen einfach besser. Wo die Schütte der Mensch hat, die nicht drauf geht. Ne, mal zu starne. Für acht Sekunden der Streeper für den Busch. Warte, check mach, warte, warte, warte. Wissen die das? Warten die im Jungle irgendwo verschieben oder so? Beim Dauerdai vielleicht. Äh beim Push. Wer ist raus hier? Ich move für ult. Malser move da auch. Oh fuck. Das war der. Oh oh mein Gott. Ich hab kein ulti gemeint. Auf deine Seite, Junge. Oh, dankeschön. Das war grad von mir, sorry. Der Zwei. Ist no worth. Ist no worth. Ich geh wieder mit zu. Malz miss, ne? Das raus. Jojo. Der war schon. Also. Zwei hat aber keine ulti. Ich hab ulti überholt. Aber wie du meinst. Malzers bitte. Ich hab noch ein Heal, ne? Für dich. Kragis auch noch here around. Morgis halt auch super low. Schade. Links ist raus. Erstmal Mastery Symbol. Für den Insane Flame. Kragis kommt wieder mit. Gemoved. Ihr sollt immer trotzdem aufpassen. Ich geh wieder farm. Willst du gleich in die Q rennen holen? Ja, hab mir auch noch grad. Aber gleich. Oh, Job Kevin. Das ist einfach 90 mal die Scheiße. Jetzt sag ich. Man nennt mich auch den Worn One-Trick-Toni. Ja. Anders wärs ja auch nicht Master, sind wir mal ehrlich. Na gut. Das stimmt. Warte mal. Das Game fühlt sich halt ungefähr genauso wie meine Master Games an. Ich werd halt einfach carried. Solange du stirbst, dann ist gut so. Not even a joking. Ja, das ist so. Wie der Kiesel halt alles gefickt hat. Aber es war trotzdem, denke ich, wenn wir jetzt halt. Team Base. Dafür so alt sind, mach ich im Team halt lächerlichen Damage. Ähm, es kann halt sein, dass du jetzt top stoppen. Wie machen wir das? Ich bin top. Ich kann. Wir können theoretisch sogar 2v2. Ja. Na, das denk ich auch. Das ist sogar das Problem mehr, dass ich nicht mehr weiß, weil ich kauf so schnell bin ich mit dem Mann. Alter, das ist halt der Wahnsinn. Also können wir jetzt, wollen wir, was sollen wir jetzt machen? Wollen wir weiter die Lanes forsen? Oh, wir müssen weiter die Lanes forsen. Ihr könnt weiter Lanes forsen. Warte mal, lass mal an. Ich renne, aber ich bin noch über den Redemption hier irgendwie. Das ist nice, das ist nice. Der war leck. Ich bin sogar bald in Ulti range. Der ist aber really good, alter. Ähm, Morgana keine Ulti. Meist du Spot? Okay, dass die Morgana von Mitte kommt. Alter, hätte ich nicht mitgerechnet. Willst du Spot gehen? Oder soll ich? Ich kann halt unter dem Tower fahren. Achso. Ich kann nicht. Ich mach den Meister richtig lang den Jungs. Okay, dann geh du bot. Adept the fame first, I guess. Wollen wir in Mitte was probieren? Wissen wir, wo Gragas ist? Äh, nur Chur. Ich hab keinen Kick grad, ne? Und Ulti ist auch raus von Galio. Genau, einfach bei zweitemis. Bei zweitemis find ich halt mega gut. Ja, egal. Ist hier unten? Der invadet hier? Äh, Malta geht Base. Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh shit, Alter. Okay, Mal, werde ich da lieber alleine. Passiert. Passiert. Ich dachte mir auch gar so, gehen wir rauf. Dann hab ich ihm irgendwie die Morgana gesehen. Aber der Gedanke war der gleiche. Malta ist Base gegangen, der kann gleich überall auftauchen. Ich mach gerade Drake, die haben hier gewordet. Ich hab zwei Pinky durchgepulscht. Pass auf, bitte. Hast du das auch mal gesehen? Mein Cue einfach nicht da. Ich hab da irgendwie komisch aus. Hat er einfach legit nicht da? Hat er kaputt? Hat er vielleicht? Es ist Ultra-Logical-Mitte-Force-Nimo Space. Die muss Base. Dann was machen. Ich hab auch Kick wieder in 10. Jena klaxon. Jaguar Signal. Ich hab lawn und dein noch weg zusammen Ja, ich hab needs. Einfach zu Lipp? Einfach zu Lipp. Die kommenzu? Werhin ne? Ich hab ult. Puanne steht noch? Ich lass nicht. Ich hab aus dem Thomas. Ich hab mage es? Ei, isch karine ist nach appeals wie Tone? Er istvate da, ich muss da bescheiden? Nein, ich bin da dran. Für hole kor duct. Kannst du mir zu kommen Tim? Ich komm zu dir. Dann müssen die nur Mitte aufpassen. Wir haben grad kein Q. Die kommen jetzt zu euch. Ich hab Redemption auch. Die müssen aufpassen. Ich komm ich glaub ich hab ich Hammer. Die kommt Redemption rein. Oh what? Ich hab noch zwei. Nice. Ich bin weiter. Ich komm ich komm ich komm. Oh. 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 Habe ich schlecht gespielt. Egal. So süß wenn er mal versucht mit Schaden zu machen. Hat er dich geflasht? Nee der Johnny. Aber das war richtig bitter. Ich war mit Tord direkt darunter. Aber das war noch Space Sheet Up. Könnt ihr da? Ich hab nicht so viel Schein. Ist fine. Nichts over risken würd ich sagen. Wir haben Bottas und Slowpush. Keine Summoners exile. Ich hab Static jetzt weg. Das hier sagt so ein bisschen. Oh ist das so schlimm. Also im Tiefe fange ich jetzt an deutlich nützlicher zu sein als ich sei einfach nur weil ich halt Quatsche habe. Und so ich habe habe. Und in Ordnung. Und dich werde ich überschädet. Bisschen. Bisschen nur zwischen. Okay ähm. Wollen wir Kevin Botzen schicken und dann um mit Tots von zu spielen wegen Nash? Nächste. Nächste. Nächste Drag ist auch entfüllen oder? Ich denke am. Wir können halt gerade aktuell. Also die können uns eigentlich null aufhalten wenn wir Objects forsen so. Ah die können halt Waveclean ne momentan. Ja ja aber ich meine halt. Aber der Blue ist äh. Teiltechnisch können wir halt gar nichts machen. Ahhhh ich liebe dich. Aber nimm ruhig den Top. Pass auf den bitte? Das ist doch ein abgekantetes Spiel. Oh die können gerade nur um Top. Ah ne du hast noch ein Blue ne? Das ist ein abgekartetes Spiel von Tim. Ich ist gleich weg meiner. Aber ich brauche ihn nicht. Du hast es ein abgekartetes Spiel. Dass du mir den anbietest in dem Moment wo es nicht Wurf ist. Das ist ja nie. Die wollen bitte forsen. Die wollen auf jeden Fall bitte forsen. Ja ja ja. Die Moven Richtung Top. Pass auf Top. Ja die Moven Topside. Wollen wir Bot Moven? Oder können die nichts machen dann? Ne 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 ne. Bleibt einfach. Ich würde niemals. Kann ich Solo holen schon. Ich war nicht mal in der Nähe. Ich habe halt keine Worts, wenn ich nochmal recoin. Wisst ihr ob die hier sein können? Ja. Könnten sie. Aber wir haben einen Pink. Okay er ist Top. Ich da. Fängt auf jeden Fall ein Pink. Damit wir ein bisschen Vision haben. Ich habe noch keine Items gerade. Ich würde gerne für Night's Vogue gehen. Für Sola. Sichtig. Was ich. Ich werde das auf nächstes Item gehen. Damit wir einfach keine Gefahr haben. Ja. Ich bin eigentlich gut im Game. Bin jetzt besser im Game als die Xayah. Die haben die Karte. Die haben die Karte. Die haben die Karte. Da ist auch noch ein Genauer beim Karte. Die Lenz erst erst 17. Ja ich kann Topline nicht weiter pushen als das. Wir können halt was mit der Garde world forsen oder nicht. Kann ich einfach den auf den Meister hack turn mit Lissin einfach rein und dann Garde world aufpassen. Ich glaube das wir halt gut beraten sind mit dem Fals forsen. Aber dann lass mich um nochmal die Wave pushen. G'sayah ist jetzt da. Also ich kann das trotzdem pushen. Ich kann auch versuchen jetzt gerade Botline runter zu gehen. Ja ja ja. Okay Topline ist gepusht. Ich komme. G'sayah bei mir. Ich kann TP'n ne. Sagt mir wenn ich TP'n muss. Das ist fein. Ich habe hier einen TP'n wollen. Nee. Tau, 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 tau. Der Gars will vielleicht eingedgen. Ja ja ich stehe da. Können die nicht. Xayah ist nicht da. Ihr könnt zurück zum Mittag. Gehts weiter weiter? Ja ja ja. Inferno ist ein 1,40. Wir bräuchten mehr Pink-Bots. Ich bin der Einziger mit einem Pink-Bots im Slot. Wenn wir da einfach alles mit Pink-Bots vorstellen dann... Ich hab QSS dann 150. Wenn wir hier auch ein Pink-Bots haben dann so free. Ich geh base denk ich schon getoppt. Ich geh base und getoppt. Was meint ihr? Wenn wir zum Beispiel in so ein Szenario turret pushen und der Meister mich flasht ult. Seitdem der Lage mich zu protecten? Ja ja ja. Wir können fast rotation top. Ja ja ja. Könnt ihr noch vom Inferno? Ne geht weg. Wir chasen den. 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 Der kann mit TP weg sein ne? Morgana ist schon hier. Ah der ist noch da. Hier den TP. What 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 what? Ich hab halt das Luftfighter late vor mir jungs. Geflasht. Können wir das engage jetzt einmal? Ja geht raus geht raus. Kevin ist halt super tech. Ich hab noch ein Redemption. Ich komme jungs. Ich bin gleich in Old Range. Dauert noch ein bisschen aber. Manni lauft rein. Ich bin jetzt in Old Range. Ich bin in Old Range. Ja ja ja. Geht da rein Tim. Ich komm nicht wirklich rein. Ich hab keine Q gerade. Okay dann komm ich von unten höchstpersönlich. Alter die Dodges. Ich komme mal. Wollen wir mitte? Ich komme ich komme ich komme. Ne 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 ne. Weiter weiter. Jaaaa. Ne 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 weiter weiter. Wir können einfach Tyrant sietschen. Wir sind übel. Das war ein 4 Mann Flashton der da auf der. Ja aber ich glaube. Ja sorry. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Wurbel kommt rein. Geht einfach zum Drachen. Geht einfach zum Drachen. Geht einfach zum Drachen. Verschwinden meine Qs irgendwie? Ja bei meinem Q auch. Das ist super buggy. Wahrscheinlich irgendwie schon prepatched draußen oder so. Also verschwinden eure Skillshots auch? Ja ja ja. WTF? Meine Q ist bei dem Drundle gerade einfach von unten. Rush den Drake. Rush Drake. Ich komme. Ich habe in 300 Guard Firecender. Da bin ich lächerlich stark. Ey der Gagas hat kein Flash. Was war er aufgedeckt? Der Meiser hat auch kein Flash. Ist auch ein ziemlich huge ones. Zweier in der Mitte. Mark ist hier. He is low. Nice. Ja ich brauche noch. Kann ich Wolfs und Grump nehmen? Gilt das? Ja ja ist fine. Ich habe nur ein Base. Ich habe eh Night's Bow. Also ich brauche eigentlich keine Items mehr. Ihr könnt theoretisch alles nehmen was ihr wollt. Geil. So viele Leute hoch. Ich fall jetzt eh ab. Also ich bin nur noch Kickmaschine und ein bisschen Shield für dich und Slow und das töten was am Ende lowlife übrig bleibt. So noch mal reicht ja. Ich hab auch noch Kork. Ich hab jetzt verheiratet. Also jetzt ist gerade. Ich hab jetzt mein 3er und 2er und 2er nicht. Witz lieber ein Mikael zu den Dings in Ardentarm. Glauben Mikael ist. Ne mach Mikael Dings Oldeck. Geh ahne ich muss E-Kiosk erst kaufen. Ich geh top. Ich geh top. Ich geh top. Ich geh top. Ich geh wieder top. Ich hab Ruhe oder Witz. Ich geh gegen Pleasure. Also wenn die Xayah keine Infinity Edge hat. Es ist kompletter Freeman. Also die hat null Damage im Vergleich zu mir jetzt gerade. Wollen wir hier engager? Ja ich hab Ruhe ab. Ich bin in Range. Ich hab keine Thumbstore. Warte, warte nicht ich. Ich bin in Range. Xayah 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 Xayah. Half. Die sind gut gesplittet eigentlich. Mit Push Mitte, Push Mitte. Ja, ja, ja. Ich halt die Minutes am Leben mit Redemption. Oh fuck. Gagas, gagas, gagas. Der ist weg. 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 Wir könnten direkt Baron. Direkt Baron. Ja, nisch 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 nisch. Ich hab noch Flashtourne. 50 Ulti. Wenn sie kommen wir turnen. Mit Flashtourne ulti. Ja ich hab Flashtourne. Ich hab keine Gali ulti. Malser müsst ihr ulti haben. Malser ulti ist ab ja. Ja. Keine Gali ulti. Ist das turn ne? Turn 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 turn. Trundle trundle. Trundle trundle. Ja trundle trundle. 2 ist dann ulti. Oh shit. Ja wir haben ein bisschen gesplittet. Der Meister war halt neben mir. Ich konnte nicht rennen. Kannst du nur einfach Auto tanken weiter? Die Baron hat getankt bei meiner ulti. Das war kacke. Ich hab Ulti in 8 wieder ab. Können wir noch spielen? Ja Xayah hat keine Ulti. Oh nice try. Hinter mir in 3. Was ist das hier? So. Oh ja. Ich kann an die Xayah. Theoretisch. Ah ne. Ist ja wieder Follower. Wann alles wieder ab? Einer top. Einer top. Solarkartoff. Genscher. Ah da kommt so gar nicht mehr ins zu. Nein. Ich nehm jetzt nicht mehr ins zu. Ich nehm jetzt nicht mehr ins zu. Erstens war der Meister war da von links und Kutcher und ich waren halt ein bisschen isoliert. Oh fangen an Kutcher. Den Baron wird ja wieder da. Hätt mir glaub ich ein bisschen früher turnen müssen. Hätt noch nicht klären müssen. Die könnten gerade in Nash gehen. Wobei. Wär ein bisschen. Wär ein bisschen. Einer muss bottom gehen von denen. Wir können theoretisch. Ich weiß nicht ob Trunny wieder flash tp ab hat. 26 39 hat noch kein tp ab. Aber die haben da noch perfekte vision im Moment. Nein was war. Können sie wieder kentos holen. Natsa ist auch bottom. Wir haben halt wieder leider keine pings. Ah ich war halt die ganze Zeit noch in base. Ehh ich war auch noch nicht base. Ah jetzt hätte er uns verkaufen sollen. Und dann einfach immer. Kann ich resetten? Weil ich brauch wards. Weder wards noch. Den resette ich auch schnell. Die hat jetzt ein penalty. Ich bin auch kurz voller 16. Die Zeit ist ganz gut ein spike auf jeden Fall. Ja trotzdem ehrlich ich mach trotzdem super viel da nicht. 2,30 bis Earth. Ich hab jetzt auch Sars wieder. Also mit Sunset mit dem fight auch gewonnen. Ich bin super strong jetzt. Die top side alle. Und in unserem pink glaube ich. Und in dem bot. Und irgendwie wissen wir hier auf jeden Fall. Hat der jetzt schon die GP? Ja sollte er jetzt haben langsam. Wollen wir das forsen? Nehmen wir anfangen und dann turn? Also. Gibt wir hier noch pink oder hier? Ich hab kein. Oh leule. Wir sind raus alter. Der kaltet das kaltet. Kann ich in die xaya fahren. Äh in den jünger rein. Okay. Bleib kein Test. Ich bin Vargas. Vargas Vargas Vargas. Nice. Da hat nichts ab. Können wir Nash? Ich mach's down. Ich hab TP ab mit 40. Also wenn ich wiederhör. Das war voll geil. Das war eine Pflanze. Wollen wir mit Hopkin oder? Ne. Ah bitte müssen wir definitiv. Wir müssen mit in die Mitte. Ja okay. Aber ich hab alles noch ab. Ah die TP? Die TP rein. Mit Malsa. Malsa ultimate butt ab. Pass auf. Wir haben on TP 20. Du bist grad alleine drin. Oh ich bin gedingst. Ich hab Schild für dich. Ich kann gleich TP. Die machen halt überhaupt keinen damage. Wann hast du TP? 10 ne? 10. Ja wenn ich wieder lebe. Dann hab ich auch on ultimate ab. Also wenn ihr diese halten könnt. Geht Richtung Nash. 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 Wir haben TP raus. Wer TPgt das? Malsa. Go go go. Willst du einfach Nash anfangen und re-engation? 3 Sekunden ult. Wir re-engagen mit on ult. Wir re-engagen mit on ult. 3 Sekunden Schild. Ich tank das. Ich tank das. Ich mag go go go. Erstmal nach links raus. Okay. Können wir nach links raus. Auf Malsa. Auf Malsa. Malsa ist geflasht. 3 Sekunden schild. Unden Gragas. Unden Gragas. Unden Gragas. Unden Gragas. Ich hab wieder ult. Wir können wieder zu Baron. Ich hab ult. Ich heil euch gut dann. Die Carries können das nicht mehr contesten. Ich hab auch ult ab. Ich hau'n Wirbel rein. Was ist dein Call? Willst du finishen oder wollen wir dann angreifen? Unlucky. Können wir... Können wir... Turn, 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 turn. Ich bin gehuhted aber das ist okay. Ich war auch Gold hier von Trunnel. Ich hab Xayah. Hier links. Trunnel. Trunnel, Trunnel. Trunnel. Schild ab, Schild ab. Nice. Können wir Nash? Schwierig. Doch, doch, doch. Malsa ist fucking tot. Okay, okay, okay. Ah, das hab ich nicht gut gespielt im Fall, sorry. Der fucking Nash hat nicht gekehlt während ich... Ich hab fucking Trunnel Ultimate. Und ich sterb einfach. Okay, konzentriert euch. Aber das Ding soll safe sein. Cargas mal. Cargas droht. Einfach Nash on. Nice. Reset. Reset Brake. Und dann Dragon. Boah, ich muss halt übel lange in Fights warten, bis ich irgendwas machen kann. Ich tue mir wirklich leid so. Weil sonst... Ich geh rein und bin tot. Bin ich wirklich tanky und... Wenn ich die Fights besser spiele, dann gewinnen wir das eindeutiger. Ich krieg halt grad die wichtigen Outletacks auf die Carries nicht durch. Alles gut. Was? Wir gehen jetzt zum Brake. Ah fuck, ich hab keine Pink Ward. Das hat Gold gewasted. Also ich muss wirklich warten, bis Morgana, Shield, Malsa und sowas raus ist. Und dann kann ich da... Also ich kann eigentlich relativ tanky, aber wenn der Trun nämlich high ulti... Aber der kann halt nur 1 von uns beiden ulti, ne? Also wir stehen halt beide drin, so. Die... Die kriegen halt übel viel raus. Gerade in Fight hätt ich halt Flaps nicht einfach verult. Ich habe in... 500 Gold... Wenn wir Bot gehen übel zu Wave unten. Wir müssen die buffen. Ich hab halt keinen TP, ne? Ich hab halt keinen TP, ne? Aber Malz ist top. Wie bin die noch gebufft? Ach scheiße. Ich nehm mich den Blue. Ich hole Midland Priority. Ich hab TP ab. Wad hier oben alles. Kannst den Wad gehen? Kreis kann von hier kommen. Ich hab Schild für dich sogar. Passt auf, die können jetzt alle Bot haben. Die muss jetzt alle Bot haben. Passt auf ein bisschen. Ja jetzt kommt. Ich komm jetzt auch. Ich... Bei mir dauerts. Bei mir dauerts. Bis ich Mover. Ich hab Ruld ab. Ich hab TP ab. Der Red von denen ist ab. Ich hab ziemlich viel Cache grad. Aber es... Malzahn bitte. Malzahn bitte. Malzahn kein TP. Malzahn, kein TP. Malzahn, mein ganzes Scimment hat fertig. Ja, das liegt der Sprag. Aber... Also war wahrscheinlich nix daraus. Aber wir haben noch ein Nash. Wir haben noch ein Nash. Entschuldigung. Enemy Red? Kevin ist gerade Midlane. Alles gut. Einfach chill. Kannst ne Q rüber schießen? Ja. 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 Bisschen Risky wie in Morganas, ne? Oh ne, die nimmt nicht. Ja. Ich hab alles ab jetzt. Ey. Warte mal. Trondle. So die Scheiße dann. Mit Falcon proc? Ich versuch einfach mit Falcon ein bisschen zu poken. Mach grad Damage auf den Turm hier. Raghas kommt. Trondle kommt. Wir haben jetzt gleich ne Wave. Wir kriegen nen Töd. Okay. Die schicken jetzt Trondle dagegen. Darf die Wave hoch? Das ist perfekt. Wir kriegen den. Mock half. Komm Wurbel rein. Tim komm mal auf die Seite. Wurbel komm. Wurbel rein. Ja, kannst holen. Kannst holen. Das ist trick. Okay, wir sollten resetten jetzt. Ja, ja. Ich hab 3k Gold. Ja. Okay, dann reset. Ich brauch noch 300 bis Banshees. Kann ich nicht mehr Wave hoch? Ja. Guck mal in mein Elementar. Ich mach eben Vision hier rein mit der Pflanze. Kragas, Trondle mito? Ja. Ich will auch eben. Geh mal pushen. Ja, ja. Hier sind Kragas und Trondle noch irgendwo. Ja, ja, ja. Hier sind Kragas und Trondle noch irgendwo. Sehr, sehr, sehr gute Vision. Geh zu Sola. Ja, wir haben dopp... Was doch hier? Was doch hier? Ja. Trondle war noch mitte. Ich ziehe ihn bis in Richtung Top. Ich hab die Wave durchgepusht. Ich mach da fresh job. Alles gut job. Alles mitte? Ich geh wieder mitte. Na, die zwei mitte wär eigentlich der Plan. Was hab wir... Der Tölt ist halt schon hart. Der läuft jetzt aus. Aber der Tölt ist noch hart. Der Tölt ist noch hart. Ich mach die Minutes noch mal schnell hoch. Ich muss move the street. Du hast noch Böger? Ja. Bisschen noch. Wahrscheinlich auch noch. Bisschen noch. Kommt wie jetzt. Hier. Tim ist ein bisschen. Huh. Ich geb dir Schild für Left-Fight hin. Oh. Jetzt fresse ich aber gerade alles. Ogana ist links. Also theoretisch kannst du da richtig den Tölt angreifen von hier. Ja, ich hab ein bisschen Angst vor den Gragas, aber... Na, sollte dann gefassen. Gragas ist ja rechts. Ich hab auch Flash. Warte, ich geh mal rechts von hier. Egal, ich geh mal rechts von hier. Egal, ich geh mal rechts von hier. Geh mal rechts von hier. Geh mal rechts von hier. Der Meister ist noch nicht mehr durch mein Schild durch. Nichts forcen. Ich hätte aber richten. Nee, du forst dir gar nix. Aus. Böse. Jetzt kommen noch mal die Minions. Ich spiel für dich für den Gragas. Also der kann hier nichts machen. Free-Turt-Node. Nice. Wie Gold habt ihr? 2000. Aber ich kann nicht kaufen. Könnt ihr kaufen? Ich muss kaufen sogar. Kurzer Reset. Zwei Minuten Barons. Zweieinhalb Barons. Zweieinhalb Barons. Siehst du oder ich? Hä? Wo kann's gehen, wenn du willst. Yo. Soda kann auch gehen. Bei Pin Quads. Bei Pin Quads. Nehm, nehm, nehm. Kucha mit nach unten. Per XP. Bot-Set-Jungle würde ich jetzt kurz nehmen. Soda, dann holst du. Und dann level ich irgendwann. Ja, ich habe einen 600 Gold Mortal. Das ist auch nochmal ein Spike. Wenn ich den von Barons kriege, wäre geil. Wenn wir beim Barons sind, brauchen wir auf jeden Fall irgendwie drei Pin Quads oder so. Wäre übergut. Deswegen will ich eben Gold Farben, weil da kann ich mir ein Item kaufen, dann habe ich wieder einen Slot frei. Also ich brauche 500 ungefähr. Ja. Also Elder ist sogar noch vor Nash, ne? By the way. Ja, stimmt. Ob wir den vielleicht nicht auch einfach nehmen sollen, vorher. Ja, okay. Ich verkopfe mein Buch für Pinks. Ein Ray for reset, dann bin ich full build. Ein Ray for reset, dann bin ich full build. Die rotieren gerade hoch zu dir, Kevin. Meist du halt auch nochmal schnell. So, ich bin jetzt full build, Leute. Ich bin auch full build. Ein Item mehr als Sieg Saiyacht. Für den Elder oder für den Baron? Ja, er ist Elder first, ne? Wir können einfach Elder rushen. Die müssen uns fighten und die verlieren den Fight zu 100%. Der Johnny hat auch einen Pink, zwei Pink Quads reichen. Ich packe ihn ein Pit rein und Johnny dann hier noch oder so. Ich habe drei Pinks, mein Lieber. Voll wirklich. Wenn ich die Waitmate nehme, kann ich auch noch kurz Randoins holen. Dann stelle ich noch keine Pinks. Mach hinne, mach hinne. Das ist jetzt so die Decks, die wir im Spiel haben. Nee, ich glaube aus. Ich pinke die Pit jetzt. Ja, aber dann habe ich noch einen Pink. Ja, wir haben aber schon zwei. Zwei reichen. Oh, hier, hier. Komm mal. Ist das oder? Oh. Ist die Ulti? Ich habe nichts getroffen. Raus, 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 raus. Disengage einfach. Wir haben gerade ein paar Ults gewastet. Tryndle Ultimate raus. Ich kann nicht zu weit rein chasen, wenn ihr chaset, weil die XH ja Federn da sind. Ja, ja, ja. 25 Sekunden Ultimate, Miner. Okay, dann können wir rein. Ja, same. 54 für Miner. Oh, die müssen wir nicht zwangs euch warten. Hier ist Warded. Haben wir noch einen Sweeper? Haben wir einen Sweeper? Ja. Ja. Passt auf. 10 Sekunden. Ich push während des Mitte. Passt auf. Nein. Ich channel dann Wirbel, wenn du Ultis, Kevin. Ja, warte, 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 warte. Okay, die fangen an. 10 Sekunden. Ich kann da rein taunten gleich. Ich channel Wirbel hier. Ich gehe da rein, ne? Okay. Wirbel ist gechannelt. Wirbel kommt. Oh, Xaya, Xaya. Ich bin auf Trundle, ich bin auf Trundle. Kragas, Kragas, Kragas. Ich habe Kragas. Xaya. Oh. Ich habe die Xaya im Tor. Ich habe Kragas. Ich habe Kragas. Nein, malz, 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 malz. Nice. Okay, bot durch, bot durch, bot durch, bot durch. Ja, das Game ist durch. Boat, bot, bot, bot. Boat Job, Leute. Wo sonst holt's ihr, da kaufen wir uns. Auslastweise mal so ein Kombo ausgespielt. Das ist ja unglaublich. Höhmbär von uns ist krank. Gut Job, Leute. Nur ein Shield verloren. Kein Drake. Hätte ich auch noch Warlords mitgenommen, wenn das sogar einfacher gibt. Upsi. Ich habe einfach nur im letzten Team einfach nur auf Zola geguckt. Ja, same. Das Team war mir scheißegal, so. Ich habe kein anderes Shield verteilt außer auf Zola. Außer eine Sache, gerade eben habe ich versucht Xaya zu catchen, aber hat sogar geklappt. Von daher war es fein. Geil. Mit der Ornn und Jenner Tornado auch richtig zermürbt. Die Wahrheit. Die geht, Alter. Nice. Und der Teamfight beginnt einfach so, dass ich mit nem Jenner Schild Headshot proc, der Morgana 1400 Damage drücke. Mit Firecan. Kann man machen. Alter. Würde ich mich gut behandelt fühlen von Riot, muss ich sagen. Okay, Leute. Eins noch. Geil. Dann kann Johnny ins Bettchen gehen. Easy, Alter. Halt da mein Schaden. Lüge vẫn noch nicht bei der Runde. Alles noch nicht bei der Runde. Ihr habt noch nicht bei der Runde. Halt da mein Schaden, aber ich küsste das aus, nicht bei der Runde.